Hier wird eine vollständig renovierte ca. 50 m² große Bürofläche zermiete angeboten. Sie befindet sich in Dortmund. Das Haus wurde 1958 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 225 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.